Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar beantworte ich euch eine Frage, und zwar warum ich diesen Kanal nicht mehr habe. Und zwar, wir waren auch auf dem USA-Trip, meine Familie und ich, und ja, wir kamen heim, hier in die Schweiz. Ich zu Hause setzte ich mich an den iPad, wollte USA-Trip 1 raufladen, aber ich war abgemolten. Ich wollte mich wieder einmelden, aber bin nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die E-Mail heißt von dem Account. Das war meine ganze Sache, warum ich den Account nicht mehr habe. Bis zum nächsten Mal.